Ladies and Gentlemen, Mrs. Da Winter. Ja, aber was ist denn los? Ihr Kostüm, genau dasselbe trug Rebecca letztes Jahr. Verflucht. Was zum Teufel soll das? Bist du verrückt geworden? Zieh dich um! Warum? Was ist denn? Verschwinde! Sofort! Der Täter, es geht nicht ohne dich. Denn tausend Lichter strahlen, wie zum Leben geht. Alle Gäste, die ihr wacht auf dich. Rebecca, kommt ein Rebecca, aus den Schattenbrei. Sofort! Sürvet! 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 Vielen Dank.